Coupins. Ja, ja, ja. Das ist ja eine Figur, oder? Nein, das sind geil liebste Kostüme. Die Coupins auch. Aber die wollen nur noch rein, weil die schwitzen. Und fertig sind. Ja, aber fremden wir jetzt mehr. Da läuft noch etwas komisch unter den kleinen Füßen. Ja, äh, unter den kleinen Körper, wenn du da. Die Füße sind praktisch. Das ist echt zu drüben schwer. Ja. Bye-bye. Ja.